Mein Name ist Riley Robinson und dies ist meine Geschichte. In der letzten Folge habe ich mir einen Strahlenanzug hergestellt, um endlich das Wrack der Aurora besichtigen zu können. Auf dem Weg dorthin musste ich feststellen, dass es auf diesem Planeten auch einige größere Lebewesen gab, die nicht so freundlich gesinnt sind wie die Riffrücken. Nach einer panischen Flucht gelang es mir, auf der Rückseite der Aurora einen Zustieg zu finden und mich aufs trockene Land zu retten. Ich habe das Gefühl, das Schiff bricht demnächst auseinander. Hier komme ich nicht weiter. Alles kaputt. Wo war ich schon? Naja, das Riesenfiech kommt nicht bis hierher. Was war denn das für ein Geräusch? Oh! Was bist du denn? Höhenkrabbeler. Höhenkrabbeler. Aasfresser, gut angepasst. Meiden oder außer Gefecht setzen, okay. So, muss ich mit Angriffen rechnen. Wo sind wir hier? Oh! Na, da sind noch mehr von denen. Das hier wollte ich. Tatsächlich, ja. Die greifen an. Und die springen selber ins Wasser, das ist gut. Das ist ein Eingang. Ich muss mich bloß in Ruhe. Aua! Da habe ich dich. Okay. Kleine Pisswunde, kein Problem. Hier komme ich nicht rein, glaube ich. Hm. Ich bräuchte irgendwas, um das wegzukriegen. Tschüss. Oh Gott, hier ist eine Menge verliessen krebsen. Oh Gott. Das sind echt viele Haßfresser, hm? Hier ist das eine Tür. Ich komme da nicht hoch. Aua! Oh, ouch. Hier scheint es reinzugehen. Oh, ich muss mir besser aufpassen. Wasser. Und mal ein Feuerlöscher. Luftschleusen. Der Schmittl. 20% kann der leer gehen. Nehmen wir den anderen auch mit. Ist ja eine Frage. Natürlich kann der leer gehen. Frachtraum und Verwaltung. Aurora Systems are running on local reserve power. Unable to remotely download black box data. Schubkanone. Schubkanone. Hm, was ist das wohl kann? Oh, ein Laserschneider. Das kann ich hier wahrscheinlich auch. Verzerrt sich Schwerkraft, um Objekte anzuziehen und abzustoßen. Damit könnte ich hier wahrscheinlich ein bisschen aufräumen. Ist das ein PDA? Ja. Datendownloads. Datendownloads. Schulfschlag. Marke Linus. Dann. Schubkanone. Schubkanone. Albert, ich weiß, dass es nicht deine Schuld ist, aber es würde wirklich helfen, wenn du mir mein Job gemacht hast, wenn du mir was ich gefragt hast. Danke für deine Zeit. Propulsion cannon retrieved. Danke. Jetzt geht's weiter. Endring. Hibernation mode. Boss, dieses Hobby ist nicht mehr mein Job, oder sicherer. Vielleicht so, aber es ist alles, was mich so verletzt, dass ich eine Spacewalk in meinen Skivvies bin. Okay. Ich will auf jeden Fall so eine Propulsion-Kanone. Batterie. Gut. Dann kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Wie funktioniert das mit dem Löschen hier ein bisschen besser? Das ist schon leer. Brennt immer wieder zurück. 100%. Besser. So. Ah, wir können die Möbel scannen. Neue Blueprint acquired. Schauen wir erstmal die Konsole hier an. Integrating new PDA data. Altera startet die Aurora. Scheint ein Werbetext vom Anfang unserer Reise zu sein. Ob Plan fürs Phasentor ist dabei, das weiß ich natürlich. Gibt es noch mehr? Nope. Hier liegt noch ein PDA. Integrating new PDA data. Ein paar alte Notizen. Oh. Was ist denn das? Prawn suit. Hm. Sieht nach einem interessanten Anzug aus. Tja. Wenn ich so eine komische Cannon hätte, würde ich vielleicht da unten reinkommen. Mal wieder fallen gelassen. Ich bin ganz schön zittrig heute. Wie soll es besser? Kann ich das nicht löschen? Schaut nicht so aus. Es ist leer. Okay. Schade. Mal den Versuch. Okay. Schade. Ha! So geht's doch. Oh, ich hab mich ganz schön verbrannt. Oh nein. Tja. Hm. Ich schau gerade noch mal in meine Daten. Kurz und Hinweise. Ah, hier. 1454. Na dann. Kannst alles richtig bereit legen. Vielleicht sollte ich eins meiner Healthpacks bereit legen. Geht irgendwie nicht. Ich trinke mal einen Schluck. Okay. Los geht's. Hallo? Das bleibt jetzt auch aus hier. Ja, sieht so aus. Okay. Die Lagerräume. Zyklop. Ich kann auf jeden Fall eine Menge neuer toller Sachen bauen, wenn ich wieder zurückkomme. Nach Hause wollte ich schon sagen. Noch ein PDA. Ja, ich weiß, was Altera alles gemacht hat. Da interessiere ich mich jetzt herzlich wenig für. Daten gehen ja nicht verloren. Da hinten ist noch eine Kiste. Neuerstoffe. Komme ich hier hoch? Ja. Nix mehr. Was ist denn mit der Tür hier? Ich die irgendwie aufkriege. Cargo Bay 4. Sieht nicht so aus. Versuchen wir's untenrum. Hä? Okay. Was seid ihr denn? Bluter. Einfache parasitäre Organismus. Denen mal was. Kiefer und Zahn rein. Lästig und unhygienisch. Meiden oder außer Gefechts... Au! Ja, ich seh schon. Ja, ja, ja. Wenn noch einer zu nahe kommt... Was bist du? Exemplar mit den Symptomen einer Interfektion. Okay. Huah! Es scheint eine Infektion zu haben. Oh Gott, lass mich doch in Ruhe jetzt. Echt? Hm. Wie viel gibt's denn davon hier? Mit auch Infektionen weg. Da ist noch einer. Okay, also hier ist sonst nichts mehr. Antriebsraum Seemotten-Dock. Beschlossen. Verschädigte Kabel. Ein Reparaturwerkzeug habe ich doch dabei, oder? Ah! Jetzt reicht's aber langsam. Sehr gut. Scheißviech. Geh ich rein? Ja. Jetzt wäre keine Seemotte mehr da. So wie's aussieht. Schade. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft... Ich find hier noch eine. Oh, da ist noch mal einer. Erledigt. Tiefenmodul Stufe 1. Seemotte. Ein-Personen-Tauchboot. Wow! Klingt gut. Okay. Jetzt scanne ich mal selbst nicht, dass ich was von dieser Infektion abgekriegt hab. Oh. Okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall nicht weiter. Antriebsraum. Krebsstock und Umkleiderraum. Verschlossen. Da brauche ich jetzt so einen Schneidbrenner. Ich befürchte, ich muss noch mal herkommen. Batterie. Ich hab's hier eigentlich nicht vor, das Schiff hier zu reparieren. So bescheuert bin ich auch nicht. Okay. 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 Maschinen-Effizienz-Modul. Wow. Ist ja ein Riesending. Tja. Wenn ich die Teile finde, kann ich mir sowas bauen. Sieht so aus, als wäre in der Rettungskapsel eine neue Nachricht angekommen. Okay. Dann mal raus hier. Ob nicht, dass ich hier sonst noch was finden kann. Okay. 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 End